Jetzt kenne ich das auch von Unternehmen. Man muss dann sehr, sehr viel Werbung machen, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Nicht überall wird es dann direkt, wird man mit offenen Armen empfangen, weil man sagt, man hat ja vielleicht auch gewisse lokale Interessen. Wie habt ihr das geschafft, da jetzt nicht nur betteln zu müssen, sondern dass es wie gesagt so im gemeinsamen Flow war oder habt ihr insgesamt einfach so dieses Aldi-Süd-Mindset, wenn da jetzt die Jungs um den Jochen und Mädels kommen, dann fliegt es sowieso und wir liefern da jetzt nur einfach rein und wird es noch geiler oder was war da so ein bisschen die Voraussetzung, damit es dann auch wirklich so in diesen positiven Flow gekommen ist? Also was uns sicherlich geholfen hat, ist, dass es eben diese strategische Entscheidung von unserem Senior Management gab, investieren zu wollen und den Bereich groß aufziehen zu wollen und das Ganze eben auch vom Standort Mülheim an der Ruhr ausgetrieben. Aber ich bin total bei dir. Am Ende muss man ja wirklich sagen, wenn man dann mit dem Business spricht, wenn man dann auch mit den nationalen Kolleginnen und Kollegen spricht, dann haben sie natürlich sehr viel Interesse, gewisse Dinge auch selber zu machen. Und ich glaube, da ist eben die Kunst zu überzeugen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und gleichzeitig eben auch glaubhaft zu versichern, wir sind nicht diejenigen, die etwas verhindern wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen euch mitnehmen, wir wollen auch eure Use-Case-Ideen hören und wir wollen am Ende auch gemeinsam priorisieren. Ich glaube, da kann man viel über Mitspracherecht eben steuern. Man kann sagen, es gibt einen globalen Backlog. Natürlich müssen irgendwo die Benefits auch dort mit reingehen, aber Mitspracherecht den Ländern zu geben und am Ende das Beste eben global für all die Süden dabei zu erreichen, das ist, glaube ich, der Spagat, wie man es dann am Ende auch schaffen kann, alle Stakeholder auf dieser Reise mitzunehmen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch das Spannende, wenn du in einer Organisation merkst, dass da alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist nicht überall sozusagen der Fall. Und das scheint mir bei euch einfach eben anders zu sein. Auch, sage ich mal so, diese Identifikation mit der Marke, auch in den Vorgesprächen, die ich schon habe, hatte, war einfach irgendwie da sehr, sehr überzeugend, muss ich wirklich sagen. Muss man vielleicht natürlich seine Strategie haben, seinen klaren Weg haben, da seid ihr, glaube ich, auch extrem gut aufgestellt und dann eben dieses einmalige Anschubsen und dann scheint das, denke ich, schon einen sehr, sehr positiven Lauf zu nehmen.